willkommen zu der mission nummer 29 also hier geht es weiter die klingen der brüder und wir bewegen uns richtung platin ja das geht es relativ fix finde ich mittlerweile also mit der neuen skillung bin gespannt ich werde auf jeden fall auch noch neue sachen ausprobieren vielleicht so ein ninjutsu bild so ein schleich version werde ich mal gucken was es noch macht vielleicht eine gift version oder wir werden sehen so machen wir mal erstmal hier auf magie weiter wir können ja das buch der reinkarnation oder wie auch immer man das ausspricht also diese wiedergeburt wie wieder geburts buch benutzen und dann können wir die punkte wieder neu verteilen also du kannst dich wirklich hier ausprobieren und du kannst im dojo auch alles überprüfen du kannst gucken wie die auswirkungen deines equipments sind kannst du alles ausprobieren sehr geil gemacht das level kennen wir das war die letzte hauptmission die browser wird fertig gemacht hat weil ich ins meeting musste ja bei mir am wochenende da ist schaut es nicht so gut aus ich habe da meine online schule die ich mache und ich mache auch trainings ich mache youtube trainings und andere trainings und ja das passiert alles zeit ja die gegner sind nicht ohne da muss man wirklich aufpassen also das ist kein scherz mit denen geht es weiter hey kann man schon zum boss oder was okay ich probier's mal aus jetzt vermute ich jetzt wirklich der bus erstmal gehen ok da kommt schon wieder weiter ich denke wir müssten schnell sonst kommt immer weitere gegner das vermute ich schauen wir mal blitzikus noch mal blitzikus ja ich vermute ich hier ist wirklich der boss weil sie kommt auch nicht mehr raus da gut sind eingeschlossen das ist wieder der boss 500 damage hat er vergessen also dann kann ich ihn auch mal fertig machen die bomben kommen auch einsetzen ja gut die machen jetzt nicht so viel dünnig wir machen ein bisschen feuerchen was bei ihm halt echt heftig ist was er aushält das ist einfach nur brutal das ist heftig verliebend das ist einfach nicht so viel leben hat und wenn man so viel leben hat und wenn man so grau und das schnell beenden aber man muss halt nicht so viel leben hat und wenn man so grau und das schnell beenden Ich wusste, dass das schon Ende ist. Oh, der grabs mich noch. Der da wird so zur Geschichte. Okay, dann werden wir auf jeden Fall locker packen. Also das ist kein Problem. Ich habe heute mit dem noch nicht so viel Erfahrung. Ich habe einmal gespielt. Einmal. Und das ist halt zu wenig. So, gehen wir direkt gleich zu ihm, würde ich mal sagen. NPC haben wir auch. Und dann würde ich mal sagen, benutzen wir erstmal die Sachen, die nicht so effektiv gegen ihn sind. Solange der NPC da ist. Und wenn der NPC weg ist, dann können wir die guten Sachen einsetzen. Ah ja, und wir dürfen nicht vergessen, dass hier jetzt auch noch ein paar Monster kommen. Die uns auch töten können. Okay das ist dann... Das ist keine Magie auf sich verschwenden. So, meinst' man zu k tut. Okay, sind wir ready? Was ist nicht ready? Okay, da kommt die gar nicht raus, das man zu verstecken. Ah, okay, da kommt die gar nicht raus. Da kommt die gar nicht raus. Das ist doch, da wird die gleichzeit. da ist er da ist er na komm Moki komm hoffentlich hat er sich kaum heilig das geht das sind alles man war ein fehler das sollte man erst machen wenn man die wir uns alleine kennt weil sonst wendet er nicht rein aber das kriegen wir jetzt also dieses mal noch einer ok das habe ich das spiel gesehen da habe ich schon mein talisman eingeschalten da kam noch der andere ok das ist heftig das ist heftig wenn wir jetzt noch mal so das ist ja ein richtiger charakter gewesen also das ist so ein roter der wurde beschworen weil wir im zwielicht waren ok probieren muss noch mal endlich mal wieder ein bisschen herausforderung und in solchen momenten bin ich halt froh wenn wir da sich ein bisschen überspielt sind ja dass wir ein bisschen mehr werte haben als normal ja wir haben wir sind jetzt denke ich mal zehn levels überspielt in solchen momenten wurde ich ein ganz normaler soldat gilt ok das geld ist nicht weg aber alles gut wir haben es ja eingesammelt ok probieren wir es noch mal einfach nur krank gut dass der brasserowitsch dass der einige becher gefarmt hat hat er live mit euch da gezockt was mir auffällt ist dass noch viele viele leute noch neo gar nicht spielen also dass das wundert mich also ich konnte es schon kaum erwarten bis ich rauskommen habe ich bin sofort losgegangen auf das game aber viele leute zocken es noch gar nicht wenn sie sind spät gefährlich und er machte etwas in der mensch mit seinem spiel alter wenn das ist was gut ist gestorben wenigstens haben jetzt keinen roten aber ich hoffe da wird der port hat sich nicht einfach so wir haben ja keinen verbündeten ja ordentlich wir bringen wir wieder zum verbrennen schon mal wieder brennen das ist so machen das ist nicht gut und einen gut dass ich geguckt habe jetzt jetzt verlieben der passt oder ist das ist kann wenn du da einfach kommt ich hoffe dass wir jetzt verschwindet eine ist immer noch da das ist doch komplett op ich hab ne Idee komm bitte komm mal rennt da rein yes alter was hält na der aus ok da frage ich mal wie man das machen soll allein vor allem auf einem normalen Level also das sollen wir mal einer zeigen wir gegen 2 kämpft oh alter, dann hab ich nicht getroffen Rang das ist, das ist, das ist einfach geil ich tue das mal an ok der ist relativ langsam wenigstens das ist super fast keine Ausbau mehr alter, kuckst du das mal an ich konnte nichts machen ok das ist, das ist krass ok ich cutte mal hier weil sonst dauert es zu lang und dann sehen wir uns ok weiter geht's ich bin wieder an der selben stelle ich habe das immer weiß hinter mir durchhalten durchhalten ok wir haben keine keine mehr im ersten Slot im zweiten Slot ok nice jetzt hat er noch nicht verdeckt letzte, letzte Heilung und der andere lebt noch ich habe das jetzt so gemacht ich habe zuerst am Anfang viel gekämpft und habe mir die Magie aufgespart damit sie am Ende reicht wenn der hier kommt so jetzt sind wir den auch noch irgendwie killen versuchen mal zum laufen der bleibt halt sehr eng an mir ok passt meistens gehen die dann weg von mir jawohl ok das wird trotzdem mal ein feind weil wir haben keine wir haben keine Heilung ok ich muss mir nicht kommst du nicht na komm ok ok das muss das muss jetzt ein Kampf sein wir haben keine Magie machen wir so sicher ist sicher oh das ist ein ganzer Kampf oh man nice wir machen halt wenig Damage aber egal Hauptsache für safe also das ist jetzt die mittlere die mittlere die mittlere halten dann ich will aus fast fast dafür wieder bosse es ist ein kranke das im roten bereich aber es muss nicht sein stirbt endlich aber ich dachte der hals ich wollte daran laufen der wir haben schön geduldig bleiben lieber sicher alter ja ich bin lieber sicher als dann noch mal alles von vorne zu machen wow das war ein kampf also das war wirklich ein guter kampf heftig okay alles klar dann sehen wir uns in der nächsten mission ich wünsche dir auch viel erfolg abonniert den kanal